Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit uns am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Mein Name ist Sonja Eizenberger, am anderen Mikro sitzt die Julia Warnicek und dort drüben die Anna Born und wir werden uns heute über das Thema Hilfe, mein Kind lügt, unterhalten. Mein Kind hat mich mal wieder angelogen, ohne rot zu werden, ohne mit der Wimper zu zucken. Es grinst dabei auch noch ganz frech, obwohl es doch genau weiß, dass mir der Wert Ehrlichkeit wichtig ist und ich lüge es doch auch nicht an. Eltern sind wütend, enttäuscht, hilflos und wollen, dass ihr Kind Verantwortung übernimmt. Im Haushalt, für ihr Benehmen, für die Gefühle und Bedürfnisse von uns Eltern. Tja, und warum diese Herangehensweise schwierig ist und wie wir die Schuldfrage klären und was elterliche Verantwortung damit zu tun hat, das wollen wir heute besprechen. Ja, und bevor wir richtig einsteigen, noch mal ein Hinweis. Ihr könnt uns gerne jederzeit auch Feedback schreiben. Zum Podcast in den letzten drei bis vier Folgen ging es auch sehr viel über uns und nicht so viel über, ja, was mache ich, wenn mein Kind XY macht, sondern auch, ja, warum reagiere ich so, wie ich reagiere. Und darum geht es heute auch wieder noch mal etwas tiefer über die Elternperspektive, eben am Beispiel Hilfe, mein Kind hat mich angelogen. Also wir haben es auch schon gesagt in der letzten Folge, dass die Kinder, dass die Eltern oftmals die Verantwortung auf die Kinder übertragen und auch dann oft ihre Wut oder Enttäuschung, also ihre Emotionen, die sie empfehlen, am Kind auslassen oder dem Kind die Schuld für die Emotionen geben. Also mich wundert auch nicht, warum gerade wir christlichen Eltern so einen starken Fokus auf Ehrlichkeit legen, sage ich mal, weil du sollst nicht lügen, ist auch ein Teil der zehn Gebote und ja, es ist halt so eine große Werteverletzung, die da stattfindet, so der Wert Gerechtigkeit ist sehr hoch und aus biblischer Sicht betrachtet gab es ja immer wieder für Schuld ein Opfer, ja, es musste immer gesühnt werden. Jesus ist für uns gestorben, ja, jetzt bitten wir halt um Vergebung, damit unsere Schuld vergeben wird und wie ist das jetzt aber im Familienleben, also ja. Ja, also du stellst dir die Fragen, ja, wer ist denn dann Schuld? Genau. Wer übernimmt die Schuld? Hat jemand? Hat überhaupt irgendjemand Schuld, ja? Müssen wir überhaupt mit dem Schuldbegriff an sich arbeiten? Wann wird man schuldig? Muss dazu irgendwas Bewusstes getan werden? Ja, ich spreche jetzt hier von Werksgerechtigkeit oder sowas, ja. Um, dass das bewusst wird und diese Frage, die drückt einfach irgendwie immer, finde ich, weil sie nach einem Schuldigen sucht, ja. Und ja, man versucht auch durch diese Schuldfrage, also der Mensch wird klein gehalten, also wenn ich das analysiere. Es geht dann, du bist dann immer im Problem, wenn du auf diesem Schuld... Genau, ich bin im Problem. Das Problem dabei, im Problem zu sein, nee, es ist ja auch so, wenn wir jetzt gerade auf Kinder schauen, kleine Kinder, die uns jetzt zum Beispiel anlügen, dann sind sie schon nicht mehr so klein, weil anlügen, dazu muss man zum Perspektivwechsel in der Lage sein, ja, ich sag mal Grundschulalter oder so, ja. Also bewusst, kleine Kinder probieren ja auch und sagen, ich hab die Hände schon gewaschen, aber du redest jetzt von einer bewussten Manipulation. Genau, aber prinzipiell muss man erstmal gucken, wie reif ist das Kind. Also unreife, kleine Kinder, du hast es gerade gesagt, sind noch unreif, wir haben das alles schon besprochen im Podcast, eben noch kein Perspektivwechsel am Anfang, sind im Singular-Modus, denken immer nur an eine Sache, die eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund, sie können auch nicht so gut Bedürfnisse aufschieben und so weiter. Sie sind der Unreife ausgesetzt, ihre eigenen Unreife und auch wenn sie dann älter werden und so Fähigkeiten wie Perspektivwechsel hinzukommen, sind sie ja noch nicht fertig. Das dauert ja lang mit der Integration des präfrontalen Cortex und so weiter. Und Kinder tun einfach oft, was, ja sie tun Sachen, wir empfinden es oft so, dass Kinder gegen uns sind, aber Kinder sind einfach oft nur für sich und nicht unbedingt deswegen gegen uns. Also sie tun etwas, was in ihren Augen jetzt das Beste ist. Und das heißt aber auch nicht, dass Kinder nicht am Wohl der Gemeinschaft interessiert sind. Kinder sind es sehr wohl, aber sie müssen das einfach noch lernen und es umsetzen. Und da, ja, damit mein Kind diese Schuld überhaupt tragen kann, muss es erst mal Verantwortung übernehmen können. Und wenn mein Kind aber noch in diesem Prozess ist, das zu lernen, ist es halt dann schwierig, so von Schuld zu reden, wenn die Fähigkeit für die Verantwortungsübernahme noch nicht da ist. Deswegen sind wir Eltern da. Darüber haben wir schon so oft gesprochen. Wir mit Reife, wir sollten die reifen Erwachsenen sein, die die Unreife der Kinder überdecken. Ausgleichen. Ausgleichen. Und natürlich, je jünger, umso unreifer und je älter, umso mehr Reife sollte da sein. Ja, also wir rutschen ja sehr schnell da rein, so herauszufinden, wer jetzt was gemacht hat und was jetzt daran falsch war. Und das wollen wir am besten noch dem anderen so vorhalten und, ja, dass es aber gar nicht sinnvoll ist. Also du bist sehr schnell im Bewerten drin. Genau, du bist sehr schnell im Verurteilen. Und wir wollen ja, also wo es jetzt darum geht in dieser Folge, es ist weg von Verurteilung, sondern hin zu Verständnis. Weil es wird nichts bringen jetzt, die Schuldfrage zu klären oder rauszuarbeiten mit dem Kind, was es alles falsch gemacht hat. Das wird das Kind auch nicht weiterbringen, sondern wieder Empathie, Verbindung, Verständnis. Erstmal Verständnis zu schaffen. Und da finde ich die gewaltfreie Kommunikation, die hat mir da sehr geholfen, das auch zu verstehen. Und zwar sind Handlungen, egal welche Handlungen, wir haben ja auch schon von Strategien gesprochen, günstige, ungünstige. Also jede Handlung ist eine Form, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Genau, darum geht es ja eigentlich seit zwei Folgen hier. Genau, darum geht es. Um Bedürfniserfüllung, genau. Und es gibt halt verschiedene Strategien und diese Strategien stehen aber manchmal in Konflikt miteinander. Jedoch nicht mit den Bedürfnissen. Also die Bedürfnisse sollten nicht im Konflikt miteinander stehen, weil dafür gibt es immer eine Lösung. Nur diese Strategien, also unsere Handlungen, wie wir sie ausleben, zum Beispiel wenn ich lüge, wenn mein Kind lügt, dann ist es eine ungünstige Strategie. Und anstatt jetzt einen Schuldigen zu suchen, sagt die gewaltfreie Kommunikation, erkunde doch, welches Bedürfnis dahinter steckt. Also dann könnte ich jetzt den Perspektivwechsel vornehmen in meiner Reife, was Kinder ja nicht können. Und ich könnte versuchen, Empathie zu empfinden für mein Kind und mich zu fragen, okay. Also mich in die Rolle rein. Genau, mich in die Rolle hinein zu versetzen und mich zu fragen, was war jetzt eigentlich das Bedürfnis von meinem Kind? Warum hat es jetzt diese Strategie gewählt, mich anzulügen? Was steckt eigentlich genauer dahinter? Und welche Lösungen können wir gemeinsam finden? Und ich finde, wir bremsen uns damit so ein bisschen aus, wenn wir immer den Fokus auf Schuld und Sünde legen. Wir kommen kein bisschen weiter. Weder wir selber noch im Familienleben wird uns das nicht weiterbringen. Und dieses Konzept der, naja, ich habe was falsch gemacht. So, wir haben jetzt herausgearbeitet, was du falsch gemacht hast und was nicht geht. Und jetzt sagst du Entschuldigung, jetzt entschuldigst du dich dafür und dann ist alles wieder gut. Und, also ich muss persönlich sagen, mich stellt das nicht so zufrieden. Nee, weil die Kinder lernen nur eine Floskel. Genau, mein Herz beruhigt das nicht, wenn wir jetzt einen Konflikt hätten und wir klären jetzt, was du alles falsch gemacht hast. Du entschuldigst dich einfach so dafür und fertig. Sondern, ja, es würde mir viel mehr helfen, dich zu verstehen. Ja, wenn du halt tiefer schaust. Und das Ganze passt ja auch wieder eigentlich zur Gottes Sicht und zur biblischen Sicht. Und da möchte ich mal mit euch aus der Bibel was lesen. Und zwar aus dem 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Und da steht, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und da sehen wir das eben auch, dass Gott tiefer schaut. Er schaut nicht auf die Oberflächlichkeiten, aufs Aussehen und sonst was. Er schaut auf unser Inneres, auf die inneren Beweggründe. Ja, also er schaut nicht drauf, hast du dir jetzt brav deine Entschuldigungsfloskel vorgebracht, Sonja. Sondern er schaut, was hat dich überhaupt dazu bewogen. Also nochmal, um das jetzt zusammenzufassen, was ihr beiden gerade gesagt habt. Also das Kind, wenn es mir ins Gesicht lügt, wählt es eine ungünstige Strategie für sein Bedürfnis, dass es sich damit zu erfüllen versucht. Der erste Blick, den wir haben, ist, du sollst nicht lügen, steht in der Bibel. Das ist Sünde. Wie kann ich das jetzt bestrafen? Wie kann ich das jetzt sofort unterbinden? Und das ist aber, ja, jetzt ein ungesunder Blick, weil das bringt uns, wie du gesagt hast, Anna, nicht weiter. Der heilsame Blick ist eben eher, das Herz anzuschauen. Was bewegt das Kind? Welches Bedürfnis steht hier dahinter? Braucht das Kind Sicherheit? Hat es Angst vor Strafe und Bindungsentzug? Warum hat es jetzt gelogen? Genau. Das Bedürfnis an sich ist immer neutral oder gut, das dahinter steht. Und die Kinder brauchen unsere Hilfe, um eben günstigere Strategien zu finden und zu wählen in Zukunft. Ich meine, es kommt dann schon so diese Stimme gerade bei uns Christen, die dann eben sich fragt, ist das denn fair? Ja. Das ist doch unfair. Ich muss doch und wie überhaupt. Aber ich meine, wenn wir jetzt da mal kurz zur Schuldfrage bei Gott gehen. Ich meine, da fällt mir der Jesaja-Text ein. Also Jesaja 53, Vers 5. Und ich möchte ihn jetzt mal lesen, weil ich finde, der fasst das ganz gut zusammen. Und zwar steht doch er, also Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Das heißt, Gott löst die Schuldfrage und er hat sie eigentlich schon lösen wollen vor Erschaffung der Welt, weil er wusste ja, wenn jetzt das und das passiert, brauche ich Plan B. Und er wusste, dass der Mensch fallen wird. Und das Coole an der Sache ist, er hat da eigentlich schon lösungsorientiert gedacht und nicht problemorientiert. Und das zeigt uns, also was ich raus will, ist, dass der Mensch ja diese große Verantwortung dann auch gar nicht tragen kann, sondern Gott trägt sie. Und klar muss ich mit Konsequenzen leben, ja. Aber das zeigt uns doch auch, wie soll denn ein Kind dann das tragen? Genau das Gleiche. Eben, also wir als Erwachsene sind, als Eltern sind verantwortlich für unsere Kinder, egal wie alt sie dann sind, selbst bei Teenagern, ja. Ja, auf jeden Fall. Sind wir immer noch die Erwachsenen und verantwortlich und ja oft nehmen wir diese Rolle aber gar nicht wahr. Also es scheint uns manchmal ein bisschen einfacher zu sein, uns vor der Verantwortung zu drücken. Also verantwortlich in meinen Augen wäre, ja da kommen wir auch noch hin, wie man das aufarbeiten kann. Aber wäre halt so dahinter zu schauen, was ist das Bedürfnis, sich nicht an diesem Verhalten jetzt zu klammern oder das Kind zu beschämen oder zu bestrafen, sondern ja wieder Verbindung herzustellen. Ja, vor allem wenn du an diesen Text denkst, den ich gerade im Jesaja gelesen habe. Ja, also klar, das war auch nicht fair, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste und das erlitten hat. Aber er hat es auf sich genommen, genauso wie wir sozusagen für unsere Kinder, deren Unreife mit unserer Reife überdecken und das auf uns nehmen und das ausgleichen. Und ihnen helfen, auch im Tragen der Konsequenzen, so wie Jesus uns ja auch hilft, durch sein Opfer die Konsequenzen zu tragen. Und klar, es geht ja nicht nur ums Lügen, auch wenn das Kind mal eine andere ungünstige Strategie wählt und irgendwas anstellt und ja, sozusagen schuldig wird. Ja, wie gehe ich damit um? Decke ich das jetzt auf und so? Ja, weil würde es Gott so machen? Ja, das ist aber nicht so. Ja, klar heißt es, das hat auch nichts damit zu tun, die Schuld irgendwie runterzureden. Ja, oder kleinzureden. Aber es geht darum, verantwortungsvoll damit umzugehen, dass das Kind auch was daraus lernt oder auch weiß, ich kann, Mama, Papa, da kann ich mich hinwenden, da wird mir geholfen. Die sind für mich da. Es geht darum, um Brücken zu bauen und nicht Mauern aufzurichten. Genau, genau, genau. Und wir Eltern, du hast es gerade angedeutet, Anna, wir geben diese Verantwortung eben oft ab, indem wir sagen, so, du sollst nicht lügen, steht in der Bibel, okay, so, jetzt aber hier, Strafe. Oder du bist jetzt das böse Kind, ja, das gesündigt hat und wir sind die, die da drüber stehen und das jetzt beurteilen und verurteilen und es anschauen. Du musst uns jetzt besänftigen. Genau, so ungefähr. Anstatt, dass wir, so zum Beispiel, je älter das Kind natürlich ist, umso mehr haben wir eine begleitende Rolle, ja, aber dem Kind helfen, die Verantwortung eben zu übernehmen, die Konsequenzen zu tragen. Also dieses, das Kind langsam daran zu führen, je nach Alter in die Verantwortung und das ist auch oft, weil wir Eltern uns dem nicht selber nicht aussetzen wollen. Also wir Eltern selbst, und darüber haben wir auch die letzten Folgen schon gesprochen, flüchten ja oft selbst vor diesen Gefühlen, die uns da, die damit einhergehen. Also Gefühle wie Hilflosigkeit, Ohnmacht, Angst, Schuld, Scham und im Grunde genommen, wenn wir jetzt soweit weiterdenken möchten, ist es eine Traumaantwort, also etwas, was tief auch in uns verankert ist, auch in uns selbst, in unserer Kindheit. Und diese unangenehmen Gefühle, die möchten wir nicht fühlen und die werden dann unterdrückt. Und auch hier in diesem Nichtverantwortung für unsere Kinder und ihr Verhalten übernehmen wollen als Eltern, drücken wir dieses ganze Paket dieser Emotionen, die damit einhergehen, weil es ist ja voll peinlich oder was weiß ich, beschämend, dass das Kind jetzt da oder da gelogen hat, dass das Kind XY angestellt hat. Und dann wollen wir uns davon separieren und es nicht irgendwie da teilhaben an diesen schlechten Dingen. Und ja, und das hat eben auch damit zu tun, also diese Fluchtreaktion, dass wir mit diesen Gefühlen auch gar nicht in Verbindung kommen möchten. Ja, und wenn das jetzt auch bei jemandem klingelt und er denkt, ja, ich habe echt ein Problem mit den Emotionen, mit solchen Gefühlen, Schuld, Scham, Angst, Ohnmacht und so weiter. Wir haben ja auch einen Audiokurs, einen Emotionskurs. Ja, der ist sehr wertvoll. Genau, da könnt ihr euch in dem Thema da weiter fortbilden. Ja, auf der Homepage findet ihr dazu mehr Infos. Genau, aber warum ist es denn wichtig, dass wir eben das nicht wegschieben, sondern dass wir die Verantwortung übernehmen als Eltern? Ja, ich denke, wir sollten kurz darauf eingehen, dass das Kind ja dann ganz viele Ich-Botschaften hört. Und was passiert, oder was sind da Beispiele dafür? Ja, also die Kinder hören ja immer mit diesem Beziehungsohr. Immer, ja. Also, wenn das Kind hört, ja, du hast gelogen und du hast jetzt ein Gesetz gebrochen oder ein Gebot gebrochen oder so, die Kinder denken ja dann, oh Mann. Ich bin so schlimm. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ich bin nicht vertrauenswürdig. Genau. Ich bin falsch. Ich habe was ganz Schlimmes getan. Ich bin ein ganz, ganz böses Kind. Ja, aber jetzt geht's weiter. Ich habe was so Schlimmes getan, das ist ja scheinbar, oh, das ist ja so ein hoher Level, ja. Ja, also du bist da, das Kind ist an dem Punkt, aber dann geht's weiter. Jetzt sagt das Kind, wie soll ich das wieder gut machen? Hast du ja vorhin schon erwähnt, ja. Ja, was muss ich jetzt tun, damit die Mama wieder gut mit mir ist, ja. Dass sie mich wieder anlächelt, dass ich wieder in ihrer Gunst stehe, ja. Und ich meine, ihr kennt diesen Satz ja auch, also die Mami ist jetzt arg traurig, weil du hast ja die Mami angelogen. Und dann lebt die Mutter das aus. Ich bin so geknickt, schau mal, wie es mir jetzt geht, ja. Und jetzt spürt das Kind diese Gefühle und so weiter. Ja, oder du gehst dann weiter und du sagst, der liebe Gott ist jetzt ganz schön enttäuscht, weil du gelogen hast. Gut, aber es geht noch weiter. Ich kann auch anfangen mit, Gott ist jetzt zornig, ja. Richtig zornig, wenn du und weil du das gemacht hast. Und ich meine, ich weiß nicht, wie war es bei euch da in der Kindheit? Anna, du kannst vielleicht dazu was sagen? Ja, also ich kann mich erinnern, dass das so auch bei uns war. Also wenn man irgendwas Falsches gemacht hat, irgendwas, was nicht richtig war, dann gab es Bestrafungen, Hausarrest, Fernsehverbot, auch körperlich auf jeden Fall. Und wie hast du dich gefühlt, was hast du gedacht? Ja, schwierig zu sagen, aber was ich in Verbindung zu Gott auch immer gedacht habe, dass wenn ich um Vergebung gebetet habe, ja, wenn ich gebetet habe, Gott, vergib mir, dann wusste ich das kognitiv schon, okay, ja, Jesus, vergib mir, ich habe ja darum gebeten. Aber dann immer so die Hintergedanken, war das jetzt ernst genug? Hast du jetzt wirklich bereut? Kann Gott dir jetzt vergeben? Also bist du in eine Schiene gekommen, also dass man sagen kann, okay, ich müsste jetzt eben mich nochmal entschuldigen, ich müsste vielleicht jetzt meinen Tisch decken oder der Mama was Gutes tun und ich muss vielleicht noch mehr Andacht machen oder noch mehr Bibel lesen. Genau, also jetzt halt besonders gute Taten vollbringen oder so. Um es wieder zu sühnen. Genau, aber so unbewusste Prozesse. Schon kognitiv wusste ich halt schon, klar, man betet, es wird einem vergeben, aber wenn man das gar nicht so praktisch erlebt hat, zu Hause, im Familienleben, dann kann man das nicht annehmen. Genau, dann kannst du dir in der Kirchengemeinde tausendmal sagen lassen, Gott hat dir vergeben, du musst es nur darum bitten, dann vergibt er dich. Aber wenn du immer praktisch dafür arbeiten müsstest, also Werksgerechtigkeit. Ja, du kommst in eine Werksgerechtigkeit. Auf zwischenmenschlicher Ebene, genau. Weil du musstest es immer wieder ausbügeln, wenn du was, also so richtig Verständnis jetzt wieder was zu leisten, damit es wieder ausgebügelt ist, dann kannst du das emotional vom Gefühl her gar nicht fühlen, dass dir jetzt vergeben ist. Ja, weil es ja auch krass ist, wir haben ja vorhin das Beispiel gehabt, die Mama ist traurig, wenn du jetzt lügst und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Jesus ist traurig. Und jetzt ist es ja so, wenn wir in das Verantwortungsding wieder reinkommen, dann klingt es ja so wie, ich übernehme jetzt Verantwortung für Gottes Zorngefühle oder Wutgefühle. Und das ist schon, wenn man es weiterdenkt, schon sehr... Ja, das ist total bürr, ne? Ja, also genau, das ist der Grund, warum Kinder niemals die Verantwortung für die Gefühle von den Eltern übernehmen sollten. Genau. Weil dann diese Sachen entstehen. So, okay, ich muss XY machen, damit alle anderen glücklich sind. Ja, das negative Glaubenssätze, über die wir ja schon öfter mal gesprochen haben. Genau, in den letzten Folgen auch. Die dann unser Handeln steuern, unbewusst. Ja, aber die Frage für mich ist ja dann, was hilft denn dann? Also, darf ich meinem Kind die Gefühle nicht sagen? Oder wie sage ich sie? Oder wie soll ich das machen? Ja, also es kommt dann oft an dieser Stelle, das stimmt schon, da kommt dann oft so dieses Argument, ja, aber darf ich meinem Kind nicht sagen, was ich fühle und so weiter. Aber, dass mich XY jetzt traurig gemacht hat, weil es gelogen hat. Aber bitte, berücksichtigt immer das Alter der Kinder. Also, wenn die Kinder sehr starke, sehr schwere Gefühle bei anderen sehen und erleben und dann auch noch den Eindruck bekommen, dass sie selbst dafür jetzt verantwortlich sind. Schaffen es gar nicht zu tragen. Das ist zu viel. Also, wir sind die Erwachsenen und das müssen wir den Kindern immer damit sagen. Hey, du kannst deinem Kind schon mal sagen, je nach Sensibilitätsgrad und Alter, hey, mir geht es gerade nicht gut. Aber ich kümmere mich drum. Ich bin der Erwachsene. Ich weiß, was zu tun ist. Und ich kümmere mich drum, dass es mir wieder besser geht. Und dass das wieder ins Lot kommt. Und nicht diese Verantwortung einfach an den Kindern. Aber das Kind wird sich sonst immer, also ich kenne das von mir persönlich, immer verantwortlich fühlen. Also, für die Gefühle von der Mama, für die Gefühle von der Papa. Von allen möglich. Und deswegen ist es gut, wenn man so einem Kind, was sehr sensibel ist, auch ab und zu mal sagt, es hat jetzt nichts mit dir gerade zu tun. Genau, ja. Das ist mein Ding. Ja, gut. Was machen wir dann jetzt, Summa, Summa, wenn uns das Kind zum Beispiel anlügt? Okay, dann schauen wir uns mal an, was ist passiert. Also, du hast gesagt, das und das, ja. Es hat nicht gestimmt. Dann kann man auf sich selber mal schauen. Ja, das macht man am besten vorher, vor dem Gespräch mit dem Kind noch mal zu gucken. Okay, wie habe ich mich jetzt gefühlt? Also, was wurde in mir drin verletzt? Welche Verletzung habe ich erlebt? Und das dann auch so einfach sachlich sagen, ja. Ohne jetzt die Verantwortung hinzuschieben. Aber sagen, du, das hat mich traurig gemacht. Irgendwie hat sich das nicht gut angefühlt. Und dann mal zu fragen, okay, was war jetzt eigentlich bei dir los? Und zu fragen, hattest du Angst? Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Hattest du Angst vor meiner Reaktion? Also, dem Kind zu helfen, zu diesem Bedürfnis irgendwie zu kommen, ja? Genau, weil das Kind weiß es ja selber nicht, warum es gelogen hat. Also, das kann man dann gemeinsam entdecken und herausfinden. Und auch dem Kind einfach diese Sicherheit zu geben, hey, du kannst mir vertrauen. Und wir finden gemeinsam eine Lösung. Darum geht es halt eigentlich so. Und es wird dauern, ja? Also, dein Kind wird vielleicht auch erst mal verwirrt sein und selber reflektieren müssen. Je nachdem, ob es das schon kann, ja? Genau, ob es das schon kann, je nach Alter, richtig. Genau, und rede mit deinem Kind so, wie du möchtest, dass dein Kind mit dir redet. Ja, also auch wertschätzend. Ja, und klar, und wenn wir jetzt weitergehen und sagen, es ist schon jugendlicher oder so, dann muss man vielleicht erst mal wieder eine ganz neue Basis bauen. Genau, und auch immer den Menschen hinter der Lüge zu sehen, ja? Das ist klar, trennen auch. Genau, und raus aus der Verurteilung zu kommen, weil das, wie gesagt, bringt uns nicht weiter, sondern rein ins Verstehen, weil die Verurteilung lähmt uns im Endeffekt nur. Genau. Gar nicht den Fokus auf die Lüge selbst legen, sondern auf den Menschen dahinter, auf das Herz, auf das Bedürfnis und da zu ergründen, was ihn zu dieser Handlung befähigt hat und das Bedürfnis durch eine andere Handlung halt befriedigen. Ja, die verträglich ist sozusagen. Also zusammenfassend, Handlungen, haben wir schon beim letzten Mal gesagt, sind Strategien, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Und die können günstig und ungünstig sein. Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. In diesem Fall, bei so einer Ungünstigen wie dem Lügen, neigen wir sehr schnell dazu, das zu verurteilen und die große Schuldfrage zu stellen, ja? Und wir machen uns damit aber blind für die eigentliche Ursache, für die Gefühle, für die Bedürfnisse, für die Hilflosigkeit und auch die Motive des Kindes. Und es liegt aber in unserer elterlichen Verantwortung, die sollten wir nicht wegschieben, tiefer zu schauen, unseren Kindern und uns zu helfen, dass wir ihr Handeln verstehen, sodass wir gemeinsam dann neue Wege finden können. Weil wir unsere Verantwortung in diesem Teil dann übernehmen, werden es auch später unsere Kinder so lernen und selber auch in der Lage sein, das zu tun. Das war wieder eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute mit uns auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.